Heute mit Alexandra Kröber. Schönen guten Abend, herzlich willkommen. Duschkabinen, die mit dem Internet verbunden sind. Hundebetten, die die Temperatur ihrer Vierbeiner messen. Oder digitale Lösungen, die Städte vor Überflutung wahren. Die CES, eine der größten Technikmessen der Welt, ist in vollem Gange und Nano ist vor Ort dabei. Und hier sind die weiteren Themen. Eine der größten Messen der Welt, die Consumer Electronics Show, findet in diesen Tagen wieder in Las Vegas statt. Vor 50 Jahren präsentierte man dort Transistorradios und Schwarz-Weiß-Fernsehen. Heute geht es um Augmented Reality oder das Internet der Dinge. Über 20.000 Produkte lassen sich in diesem Jahr dort bestaunen. Darunter viel Nützliches, aber auch Kurioses und Abseitiges. Mittendrin ist unser Nano-Reporter Lars Tepel, der schon auf der Anreise eine Ahnung vom Fliegen 4.0 bekommen hat. Wir bleiben dran an Lars. Wie sieht's aus? Stimmt das tradierte Bild von uns als eingefleischten Fleischesser noch? Oder sind wir ja alle mittlerweile Veganer, Vegetarier, Pesgetarier oder Flexitarier? Der heute veröffentlichte Deutsche Fleischatlas zeigt, wir essen tatsächlich immer weniger Fleisch, aber der Verzehr sinkt nur sehr langsam. Pro Kopf sind es im Jahr immer noch satte 59 Kilogramm. Das Schwein führt mit rund 36 Kilo, gefolgt vom Geflügel mit 12,5 und dem Rind mit 9,7 Kilo. Fleisch, für das Tiere sterben müssen. Ja, das wissen wir, aber vor Augen führen möchten wir uns das trotzdem nicht. Was wäre das für eine fantastische Idee? Weiterhin Fleisch essen, ohne dass ein Tier getötet wird. Eine Welt mit Fleisch, aber ohne Tierleid. Träumen und idealistisch sein kann ja durchaus dazu beitragen, dass die Welt sich bewegt. Bewegen wir uns jetzt aber mal ganz realistisch Richtung Zukunft. Vorausgesetzt, wir machen immer so weiter wie bisher und es gibt immer mehr Menschen, die diese Welt bevölkern. Wie gut lebt es sich da etwa im Jahr 2050? Werden wir da alle satt? Allein mit biologischer Landwirtschaft wird das ja wohl nicht zu schaffen sein. Oder doch? Forscher aus der Schweiz haben das mal ganz knallhart berechnet. Es ist ein schleichender Prozess, dem keine Frau entrinnen kann. Ab einem gewissen Alter stellen die Eierstöcke nach und nach ihre Produktion von weiblichen Geschlechtshormonen ein. Zwar kommt die Bezeichnung Wechseljahre recht harmlos daher, doch viele Frauen haben in dieser Phase echten Leidensdruck. Hitzewallung, Schlafstörung, Blasenentzündung. Früher wurden dagegen Hormonersatztherapien verschrieben, doch die gerieten nach einer Studie von 2002 in Verruf. Von einem erhöhten Herzinfarkt und Brustkrebsrisiko war die Rede. Jetzt gibt es eine neue Studie, die dagegen hält. Wir haben sie mal unter die Lupe genommen. Gitarrenliebhaber und Kenner wissen es sofort. Zum guten Ton einer edlen Gitarre gehören auch edle Hölzer wie etwa Riopalisander. Ein Tropenholz, das aber nicht nur bei Gitarren der Superlative verwendet wird, sondern bei fast allen ordentlichen Gitarren. Wurde, muss man sagen, denn diese Bäume fielen in Unmengen den Erntemaschinen zum Opfer, so dass die Bäume in das Washingtoner Artenschutzabkommen aufgenommen wurden. Seit letztem Jahr darf mit dem Holz nicht mehr gehandelt werden. Gut für die Bäume, schlecht für die Gitarristen. Doch Forscher aus Eberswalde und Zwickau haben jetzt eine ökologische Alternative entwickelt. Und so klang- und stimmungsvoll verabschieden wir uns von Ihnen für heute. Und ich freue mich auf unsere Verabredung morgen, 18.30 Uhr. Bis dahin. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.